Sie ist die Prinzessin des Königreiches. Wir möchten dir gern etwas zeigen. Es ist eine Überraschung. Ihr Name ist Bloom. Mami, Daddy! Dankeschön! Noch nie in ihrem Leben war sie so glücklich. Dachte sie. Und? Wie gefällt dir dein Leben als Prinzessin? Ich bin völlig fertig. Guten Morgen! Prinzessin! Seid ihr bereit für einen neuen Tag im königlichen Glanz? Diese ganzen Verhaltensregeln, die 56 Kleider, der Tisch, der gut ist für meine Haare. Für euer Haar! Und der Prinzessin noch viel, viel bezaubernder macht. In diesem Schloss lebt eine Prinzessin, die auf ihren Märchenprinzen wartet. Bloom würde uns das niemals verschweigen. Bin ich nicht wunderschön? Wow! Du bist echt oberirdisch! Die Feen der magischen Dimension sind zurück mit einem neuen, fantastischen Abenteuer. Trinksclub, das magische Abenteuer. Endlich fliegen sie wieder. Auch in 3D. Demnächst im Kino. 2. 5. 6. 7. 10. 11. 11. 12. Untertitelung des ZDF, 2020